Hallo und herzlich willkommen zu DAP's Let's Play Super Mario World of Warcraft natürlich. Ich habe Post bekommen. Ähm, 11 Gold von... Von dem Leder, das ich schon im Aha hatte und eine Nachricht von einem Spieler. Okay. So. Was machen wir als nächstes? Wir geben die Quest ab und sacken die EP ein. Boink, boink. Hier gibt's die Quest. Bei Marsha Marius müssen wir die abgeben. Das ist ein guter EP und ich hoffe wir haben... Ach verdammt. Was gibt's noch? Ja, dann killen wir halt irgendeinen Mob, was uns hier über den Weg läuft. Oder ähnliches. Da. Nicht genug Energie. Und kabam. Jo, wir müssen noch Gifte auf unsere Waffen machen. Und wir haben einen Skillpunkt und packen hier eine Präzision rein und haben wir das ziemlich ausgeskillt. Als nächstes holen wir uns... Als nächstes holen wir uns... Wir können uns nur noch Kopf, Köpfe und so holen. Schauen wir mal nach, ob noch jemand im Rotkamm-Gebirge ist. Rotkamm. Oh. So, natürlich. Dann eben so. Ja, hier gibt's doch einige... Dann schreiben wir doch mal die Leute an. Gno-Kriegerin. Bewegen wir uns schon mal in Richtung... ...Kopf. Ha. Na ja, vielleicht kann man das lesen, vielleicht nicht. Es ist ein Let's Play und nicht ein... Schneide alles raus, was nicht unbedingt perfekt gespielt ist. Außerdem schaffe ich die Quest immer jetzt alleine. Außer mit Level 70. Oh, große Tarantel. Geh mal nicht auf den Senkel. Ah, da ist der. Schauen wir doch mal, ob noch jemand hier in der Nähe ist. Oh. Der ist super toll. Was ist das für ein Priester? Daranai-Priesterin. Ha. Weil die Questen echt hart alleine, deshalb mach ich die lieber. Mit einer Gruppe. Auch wenn die Leute nicht antworten. Mal gucken, wie auf das Gift sofort. Einmal. Zweimal. Und. Yo. Hm. Der antwortet auch nicht. Dann schauen wir mal weiter. Nee. Immer bewegt sie sich. Wir kämpfen mal den Weg frei, ne? So. Können wir noch nicht tun. Ich bin außer Reichweite. Hm. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Ach, verflucht. Verflucht. Schreib mir mal alles, wie bitte kommen soll Ich kann auch nicht allzu lange aufnehmen Das muss ich einfach mal Einfach mal einen Cut machen Gut, dann mache ich hier einen Cut und warte bis sie da ist Also dann Oder, nö, mache ich doch nicht Das haben wir auch blöd gemacht gerade Ah, jetzt kommt natürlich Heilige Stärke vom Kreuzfahrer, weißt du? Hey, wie hat er uns entdeckt? Oh, was ist das? Sataninchen, Sataninchen Hat er kein Reitmaunt, oh mein Gott Ja, okay, wir brauchen uns gar nicht zu beschweren Wir hätten das Gold auch nicht zusammen Und das ist peinlich genug Oh, Speer des Schwarzwalds Probieren wir doch, den mal umzuhauen Ey, wieso dreht er sich auf einmal um? Was soll denn das? Kann der doch gar nicht Und tschüss, Fairorg So, da ist er auch schon Komm mal mit Und auch noch ein Tank Das ist hier super Lustiges Schild Hab ich noch gar nicht gesehen Gnomeangriff Schauen wir mal, welche Quest Na, ich weiß nicht Können's probieren Ach, ich weiß War wohl etwas aufzubringen Weil damit haben wir unseren Untergangs Verrausgesprungen Und Hey, ich bin in einer anderen Dimension Ich kann nichts machen Ich kann nichts machen Es ist gelaufen Oh, wir haben uns gerade mal gebracht Oh, das war es so Wir haben was zu essen, wir haben was zu trinken, und doch haben wir. Ich hoffe, der ist auch vernünftige Skill. Ah, natürlich auch Furo, aber auch nicht. Oh man, ein typischer Anfall von Noob. Und den können wir noch looten. Ja. Komm mit. Oh verdammt, ich wollte mich grad unsichtbar machen. Ey, der ist entwachen entabliert, was ist das denn? Wir profitieren von der Angriffskraft des Kriegers, das ist doch wunderbar. Ja, für zweit klappt das schon wesentlich besser. Ja, für zweit klappt das schon wesentlich besser. Dann schlägen wir uns mal hier. Und dann geht's ab. Ja. 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 Hm, so kann man ja auch nicht ausweichen und der macht uns der Feuerscharf. Immer hinter den Gegner stellen. Keine Schurken. Ach du heilige Scheiße. Was ist denn nur Auto-Hit oder was? Ah, aber Algo hat er ja meinen, das ist schön! Doch kein Doob! Ah, mal hinter die Gegner, das ist schon alle gesagt! Das Gehen kann man zwar schon noch, aber den Rest nicht mehr. Ich muss näher ran! Ah, ich werde sterben! Wer macht der denn nichts? Ist doch klar! Ich muss schon ausweilen und abhauen! Ey, ich lebe noch! Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit! Wenn wir es jetzt richtig machen... Ich kann mich nicht hinter dir stellen! Egal, das haben wir auch drüber reden! Gemeistert! Komm mit, Satanchen! Wir müssen aber kurz was... Oh, feilige Sch... Nein! Boah, das war's! Endgültig! Da hilft auch keinem Brenn-Mail was! Wir müssen nur noch Holzfahrer trocken! Ah, wir müssen jetzt sind tot! Schnell, Satanchen helfen! Sonst wird das nicht... O-M-G! Ach, verdammt. Wann haben wir die Burg allgemein gereinigt? Gibt es hier noch irgendein Spieler, der uns helfen kann? Schauen wir mal zwei Leute an. Denken wir noch nicht. Ich nehme die Gitarre, aber ich werde nicht mehr aus dem Gehen. Ich nehme die Brüche, aber ich nehme die Brüche. Ja, ich nehme die Brüche. Ich nehme die Brüche. Ah, wir haben den Priester von vorhin doch jetzt einladen können. Oh Mann, na ja, ich sag dann für diesen Tag, ja, tschüss, weil das schaffen wir nicht. Ähm, vielleicht kriege ich das irgendwie mit dem Priester hierhin. Ähm, ich bedanke mich bei allen Zuschauern, euer DAP, bis die Tage.